Welche Rolle spielst du? Pat Nixon, die First Lady, die immer an der Seite ihres Mannes ist. Wie ihr das immer gefällt, sieht man, wenn man die Vorstellung besucht. Was ist die größte Herausforderung bei dem Stück? Mit dem Orchester zusammen zu sein, richtig zu zählen und nicht verloren zu gehen. Was haben Chuan Lai und Henry Kissinger gemeinsam? Sie sind beide genervt von Richard Nixon. Was ist deine Lieblingsstelle? Tatsächlich, die große Ari ist meine Lieblingsstelle. Wie hast du dich auf deine Rolle vorbereitet? Lange vorher habe ich begonnen, selber zu lernen und dann habe ich tatsächlich einen Pianisten in der Stadt organisiert, weil ich konnte das nicht alleine lernen. Es ist wirklich sehr komplexe Musik, auch wenn sie sich manchmal leichter anhört, als sie ist. Aber ich habe relativ früh begonnen und dann auch Hilfe gebraucht, um zu wissen, wie wird das nachher geschlagen und wo bin ich da, wo ist mein Einsatz? Das war's. Am 26.02. ist Premiere von Nixon in China hier am Theater Dortmund und wir freuen uns, wenn ihr kommt. Es lohnt sich auf jeden Fall, es gibt unglaublich viel zu hören. Wir freuen uns auf euch. Ja! Ja!